Was geht ab ihr Wins? Willkommen zu deiner nächsten Folge Road to Plastic 5 wieder mit Vini, wieder mit Nick und ich brauche mal Hilfe beim Blubass Okay Oh way, schaffe ich es noch rechtzeitig? Sag es schnell an, es schaffe ich doch gar nicht, nein, es schaffe ich nicht Wieso bin ich eigentlich von jeder Runde, ich bin inzwischen getrollt Und wen denn? Und dir Wieso? Ja, geht weg Danke Capflame Das ist natürlich gleich drei wunderschöne Auto-Attacks und wir bekommen einmal einen Auto-Attack, einen kill, schnellen Auto-Attack Und noch einen Auto-Attack Aua Dead OP, Jinx Was steht da denn? Jinx Trash Ja, die haben es richtig drauf hier, ah ok, ich wollte gerade sagen Jinx hat aber zum Glück auch ganz gut reinbekommen Okay, nun 2 in Top-Lane Wieso gibt es eigentlich nie einen Early-Gang-Bot? Pfff Kann ich mal einfach einführen Ja, ne? Ich meine, wenn man beide Kills erstmal holt Ja, beide würde ich nicht holen Aber einen Kill würde ich holen vielleicht So wie jetzt? Oh Gott, Alter Flash ich erstmal raus, hab ich gar keinen Bock drauf Oh, Scheiße! Was ist denn das? Ich gehe, wir wollten nicht ragen Ja, lol Ein Hook, ey Ein Hook Ja, ein guter Hook Ja, ein guter Hook Racer Pick a Whitechamp next time, Alter Pick a Whitechamp next time, Alter Weiß was zu tun ist, ne? Bot-Lane helfen jetzt Ich muss erstmal kurz einen Kill-Top-Näh Auf der Top-Lane besorgen Auf der Top-Lane 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 Ja, du warst einfach nicht da Ja, ich... Was? Ich war einfach nicht da Ich war auch schon auf dem schnellsten Weg hier hin Warst du denn da, oder was? Ja, da war ich Wo und sonst? Weil er mich die ganze Zeit hart gesohnt hat Aber ich verstehe nicht, wie er die Laterne auch gekommen hat Die man da einfach hinge... oder hingeflasht hat Ja, da haben wir geflasht, ne? Glaub schon So, das ist dann einfach halt mal nicht deines hier, sondern Die gehören dem Tower Wow Wow, wowowowow, pass auf Der Monki ist Mitte Monki? Der Monki ist Mitte Ja Was hab ich mir grad irgendwie für ne Scheiße gekauft Als ich zu Back war Ja, dann... oh man ja man 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 man, klingelt mit einer hilfe da ist gewartet ja was los mit meiner maus, jetzt fuck die mich grad richtig ab ja hast du ja probleme? ja, ich hab grad richtig probleme ich kann ja mal spielen was machst du denn? ja, sie ist heute mal richtig langsam ja kauf dir nicht mal ne neue nein, das wär besser ich brauch ne neue, die ist echt zu langsam ja, kein scheiß well played das ist a fake morphin auf dich, kriegst auch kein du auf dafür kriegt er wirklich nicht ist selber schuld wovon reden wir jetzt eigentlich grad von deinem brain oder von deiner maus? warst du jetzt hier zu langsam wir reden grad von meiner maus Trash ist richtig weise, der weiß alles also gut spielt also gut spielt von der war Trash Trash smurfed das können wir ihm vorstellen bei dem Positioning von ihm wie der hier die Wards cleert auf der lane cool Leute gleich wieder auf die ganze Ruhe Top lane sieht ja ganz gut aus bot lane, ich komm gleich mit ner ulti ne? oh, endlich ja, ich muss mit ja was denn? ich komm mit ner ulti ja, ist doch geil ja, dann spann dich doch mal endlich kommt er freu ich mich doch nur ja, ist doch klar, dass ich dann komme ja, ist doch schön, freu ich mich darf ich nicht sagen, dass ich mich freue oder was? ja, sag finde ich gut ja, ich sag endlich endlich, juhu Freunde nein, sowas will ich auch nicht hören sagt auf dem Wegen das ist ab, das ist nicht ab was denn jetzt? ja, was ist ab von den Gegnern, damit ich das mal weiß gleich es ist Flash, Sparriers äh, alles würde ich sagen, ist bei denen ab ja, ok aber, soll ich jetzt sagen, dass ihr mich freu oder nicht? ne, ihr sollt mich hoffen zu verarschen wie, ich verarsche doch gar nicht jetzt verstehe ich jetzt grad nicht er ist hier grad richtig viel ab jetzt, jetzt, jetzt grad richtig hier oh shit, wieso muss er mich da jetzt grad hucken? jetzt ist alles grad draußen auf Leona ich weiß nicht, ob Flash auch aber ist auf jeden Fall Barrier jahe, komm unter, Gang den Jungen einkill und er ist wieder happy einfach mit dem Gang und seine Welt ist gerettet weg weg weg, ich bin keine 6 ha ha, nein ha ha, nein ha ha, nein Bitscheiße ja, richtig scheiße geplaced oh mein Gott, wieso ist hier geworden? wehhhhh ughhh Garda boys gw morgen könnte sich botlane rufen das mans jetzt weis Ich muss mir mal wieder ein bisschen Mühe geben beim Farm als ADC, das geht auch nicht gerade durch. Das werde ich ja schon wieder sehen. Was soll denn das? Ich flame dich doch gar nicht, du hast dich selber so ein bisschen geflamen, das war lustig, dann habe ich ausgenutzt. Ja, wieso, wenn ich dir eine Vorlage gebe, wieso musst du alles immer reinknüpfen? Schieß doch einfach mal eins aus. Das war echt gut. So, Ranget 2-0, schön 2 immer Dodans, Velcroz bitte, ich wollte Velcroz so viel ganken, ich kann eigentlich nichts. Ja. Das ist der Unter-Attacker. Das ist der Unter-Attacker. Wie kann ich denn das machen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Ich kann auch einfach gangen, finde ich mehr oder weniger. Was hat Jynx? Was hat Jynx? Ähnliche Items wie ich. Jynx hat auch nur 61 CS. Ich glaube unser Ringer wird Karren. Ich glaube da kann die einen mit Karren. Ich geh Backupen für 6 Sekunden wieder Ulti. Haben sie Drake gemacht? Ich komm mit Ulti. Sag Ult, damit Leona auch Bescheid weiß. Schade, warte. Der Anti-Gage ist gerade draußen. Schauen wir nicht so gut. Oh, er war nicht schlecht. Aber auch wieder noch davon gekommen. Ja, ja, ja. Zum Glück war ein Red Buff drauf. Äh, mein Dot von dem einen Item drauf. Der Monkey kommt. Ja, geht raus einfach. Good job. Guck mal von Leona. Ne. Feint ihr ja schon wieder? Ich will nur kurz so einen Pink Ward beseitigen. Ich hab gerade gefunden. Ich Slun nur. Er hat uns verarscht. Ja. Verarscht. Lass pushen. Da war der Trash. Ich liebe es wenn Trash auf einmal nicht mehr tanky ist. Kennst du diesen Moment? Ja. Ja. Wenn er dich so nerven will und dann nervst du ihn einfach mal drei Auto-Attacks und plötzlich... Dann ist er auf einmal Hälfte, ne? Dann denkst du dir... Das hast du ihn so verhalten. Ja, gut. Es ist klar, dass er nicht mal tanky ist. Geht gleich weiter. Perfekt. Einfach nur laufen. Einfach nur weglaufen. Kein Tauner? Ich run wie ein Chicken. Ich run einfach nur mit Chicken. Ja, ja. Dann hau mal ab. Wukong. Die hat weniger Dieb noch irgendwas anderes. Supi. Genauso wie ich liebe. Guck, da war er schon wieder. Der Affe? Ja. Der Affe ist überall. Der Affe ist überall. Der Affe ist überall. Der Affe war schon wieder im Tree. Versteht ihr? Nichts ist kälter als der Tod. Ja, 4-1-2. Back to the game. Das sind auch so Standard-Stats von Naomi. 2-1-5. Das gefällt mir einfach mal richtig schön jetzt hier. 5-4-6. Gefällt dir auch gut, ne? Richtig schön geholfen. Aber Leona macht sich auch richtig gut. Leona hat mir gut gefallen. Leona hat mir gut gefallen. Leona hat mir gut gefallen. Like that, Cheat. Das freut sich richtig. Ja, wie irgendeinen kleinen Kitty zum Lächeln. Ne, Rulti war echt gut. Ja, mach mal da, wo man sich braucht. Achtung, Granger. Blink mal Grangerwerk. Ich kann nicht so schnell dahin. Was ist dein Ernst? Ja, ich komm mit Rulti. Warte, ich komm gleich. Musste aber ganz hinten, hinten Cursern. Ob das jetzt immer noch nötig ist, oder was dabei jetzt immer noch wieder rein geht? Ja, nur ein Flash, was gut. Ja, ich komm mit. Dann müssen wir weg. Mal gank mit, meinst ich kriege ich? Ich versuch's einfach mal. Ich versuch's einfach mal in der Mitte, oder? Ich mein, wenn wir Botlane durchgedrückt haben. Ich mein, wenn wir Botlane durchgedrückt haben. Mmmh. Zeigen wir jetzt mal Valkorch, was das heißt. Der Monkey kann mal von sonst wo. Aua. Und down. Aber siehst du, wie stark Valkorch ist? Siehst du, wie stark Valkorch ist? Sieht so ein bisschen komisch. Und dann brauchen wir schon Hilfe mit. Ich hab auch noch Rulti, ist gut. Ich muss den mal reinschießen. Mein Gott, ey. Ich hab einen Hook getroffen. Da kam grad Dutch, aber zu late. Ich werde irgendwie generell. Liko Flash ist zu oft, finde ich, da von Hooks getroffen. Kann nicht sein. Ja. Siehst du ähnlich, ne? Ja, ist schon so. Trash, Trash Hooks und Hooks nicht zu oft, finde ich. Ach, Swain ist top hin. 4-1 Rangle ist auch gut. 1-3-1 Swain ist auch nicht gut. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Ziel. Jink ist auch. Ok. Achtung, die Affe kommt noch. Und der hat ja ein bisschen mehr Damage. Oh, der läuft dran vorbei. Ja, und gewonnen. Ja, da kommt Ghost. Warte. Warte. Ich muss mal Schnelldank. Auf Ulti. Oh, da kommt der Rangle One-Shot. Da wollen wir auch mal ein bisschen mitwirken. Gut. Wir haben da so viele Pink-Words geplaced. Wir gehen auch kurz Bot-Titan. Ich glaube, ich kann mit Bot-Farm sogar. Und da eine Ward. Nein, den kriegen wir nicht. Hoppala. Was machen wir denn hier schon wieder? Haltet ihr schon wieder? Muss ich kommen? Könnte man. Was ist denn hier drin zittet irgendwie? Unser Rangar ist nicht da. Wir brauchen Rangar. Aber Drake müsste eigentlich absen, oder? Ja. Oh, Drake. Ja. Ein Smite. Aber diesen Smite. Lass mal weg, Rangar ist weg. Nein, 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 nein. Geh weg. Wir haben doch oft immer so aggressiv reinzugehen. Ich versteh's nicht. Was macht ihr? Rangar ist Split Pushing top. Ja. Und ihr fightet. Du machst so'n scheiß 101. Ich mach gar kein 101. Doch, klar. Du hast doch den eingefeuert. Dann hast Leona reingegangen. Du hast Leona gebaitet. Wieso bin ich ja hier bei allem bei dir schuld? Ja, weil du hier drauf geschossen hast. Du hast da geschossen. Senk bitte deine Stimme. Nein, das war gleich. Senk bitte deine Stimme. Das war echt scheiße. Senk bitte deine Stimme. Ich hab meine Summe. Senk bitte deine Stimme. Ich hab meine Stimme gesenkt. Jetzt hör aber auf die ganze Zeit nur zu trollen. Ich troll nicht. Doch, du bist ein Troller. Senk bitte deine Stimme. Senk bitte deine Stimme. Senk bitte deine Stimme. Ich hab meine Stimme. Ich hab meine Stimme. Sei einfach mal für 5 Minuten kurz ruhig, okay? Ich hab ein paar Sachen einfach nicht verstanden. Sei mal bitte kurz für 5 Minuten. Ich danke. Angenehm in dieser Ruhe. Scheiße. Was war denn der Kram, Mann? Ich wusste sie nicht. Natürlich. Ich bin Lucian. Kulon Reduction ist auch richtig auf mir. Wie bitte? Den eigenen Blumen. Hab ich gerade. Sei bitte weiterhin wieder ruhig. Das war gerade angenehm. Wir brauchen einen Tank. Hast du eigentlich schon eine Twisted Fate OD gesehen? Nein. Mir auch nicht. Das ist so komisch. Denkst du nicht mehr tot. Das liegt einfach auf die Schnauzen hier. Oh shit. Ja genau. Really? 2 gegen 5 ist immer gut. Ne 2 gegen 4 war's. Ja. Wieso pusht der jetzt nicht? Ich würde ihn jetzt sagen. Macht er ja doch. Macht er ja doch. Macht er die Geist. Äh ich wäre doch. 2 chasen weiter. Einer geht glaube ich. Was hilfst du nicht? Ich mach mich hier heiter. Ich mach mich hier heiter. Und? Ja. Und? Und? Ja. Nein. Da geht mein Ui zu spät. Ready. Wieso habe ich sie auch mal aktiviert? Ich werde verzweifelt nicht. Ja komm. Monkey nutzt mich. Oder auch nicht bitch. Ich weiß nicht wer schlechter ist. Ich oder Jinx? Nein. Jinx ist ziemlich schlecht. Natürlich ist das Ding schlechter als ich man. Das war ne rein rhetorische Frage. Ja. Geh doch einfach raus. Die fighten 2 gegen 5. Ja da läuft der auf einmal ne. Dann auf einmal hier. Wenn der Papa mal die Ulti an macht ne. Wenn der Papa mal die Ulti an macht ne. Wenn der Papa mal die Ulti an macht. Hier komm mal hier lieber hin. Dann seid ihr mal hier. Dann seid ihr mal hier. Achso und Rat ist da. Renga ist drin. Renga ist drin. Wie geht's? Wie geht's Swain? Wie geht's? Ich bin ein bisschen mad. Wie fällt das Farm auf Swain nicht noch? Oh was für ein Wave hier. Ich und. Achtung hier kommen 2. 2. Ja. Aber ich direkt zu dir. Warte 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 warte. Und. Und. Warte warte. Und. Kannst. Warte warte. Oh. Oh. Da waren. Oh wie viele Spales gerade ineinander flogen. Das machen wir ja nicht hier die ganze Zeit. Und wie ist das komisch das Game oder? Ja. Er trollt ein bisschen. Ja wir kriegen wie. Renga ist das ganze nur ein Split Push. Split Push. Go. Oh wir pushen hier. Das sind Drei vielleicht in Drake. Ja. Ich glaube das Swain kommt gleich. Ja. Jo. Oh guck mal da. Uh. Wie sieht das so gut aus. Oh du guck mal da. Oh. Fokus Janks. Oh, die kannst du noch bekommen, krass. Oh, sehr schönes Game hier. Schön, was man hier sieht. Du bist red. Ich kann auch mal ein bisschen Items kaufen. Achtung, Wellkost von hinten, Wellkost von hinten. Muss die bleiben. Was? Ja, war sein Clown. Oh, das ist der Fade, das ist unser. Hi. Splitpush Rengar ist wieder aktiv. Der ist durchgehend aktiv. Der wurde nie deaktiviert. Jetzt hat Spot gegen Splitpushen alles. Oh, sind wir immer zurück. Jetzt müssen mindestens ein oder zwei hoch. Eigentlich müssen zwei. Okay, jetzt sind die zwei und jetzt können wir hier unten pushen. Dann kann man aufhören, die Minis mitzupacken. Boah, aber Leona ist ganz gut tanky, ne? Ja. Der ist ganz gut durchgetankt unten. Ist richtig gut. Richtig guter Leona. Ich glaube sogar die beste Leone, die ich je gesehen habe. Kann gut sein. Texas. So lange gar nicht mehr langsam ein bisschen abgehen dafür, dass er die ganze Zeit so fehlt. Ja. Aber wir hatten auch nicht so viel CS, ne? Nee, irgendwie nicht. Nee. Er pusht einfach nur. Er verfarbt das nicht. Er pusht einfach nur. Scheiß auf CS. Potlant zusammen. Clank. Komm mal hör mal auf, Waves zu machen. Ward einfach mal da rein. Ach, der Wake auskommt. Also flasht er. Einfach gerade durch die Mord zu laufen. Achtung da oben ist noch ein Wookie. Okay. Komiker Champion. Mach's auch. Hier ist mal so richtig hässlich. Naja. Champion ist irgendwie auch komisch. Wir brauchen noch mal unser komisches Team. Ja, dann lass doch mal ganz kurz hier mal. Oh, Renga ist pushen. Alter, da kann er mal aufhören zu Split pushen. Langsam brauchen wir den echt mal. Du wie jetzt? Ja. Nee, Leona. Nee, nicht immer. Ja, war aber gut outplayed. Da war Valkos gerade useless, fand ich. Ja, fand ich immer. Ja. Ja, gut Job, Leona. Carrying this game. Ach, da ist der Renga ja plötzlich auf einmal mit seiner Ulti einfach angehandelt. Da läuft er auch recht schnell drin, oder? Ja, er läuft schneller. Kriegen wir hier ein bisschen mehr? Da wird Tomlens auch noch nicht niedergerissen. Guck mal, was macht er erstmal? Oh, pushen. Ich geh immer botlane. Wollte ja auch gerade. Ich glaub ich geh immer wieder Red Buffs dealen. Ach, dann hast du nicht hier botlane. Ah, die sollte eigentlich andersrum mehr oder weniger sein. Bisschen Red Buffs nicht haben? Ja doch schon, aber ich frage mich auf das hier ist. Da müssen wir besser gefarmt werden als diese Rundherzeneck. Ja, völlig falsch. Ja okay, Solo-Q oder Duo-Q, dann ist okay. Was denn, ist das so? Nein, war einfach blick daran, dass du scheiße gefarmt bist. Wie bitte? Guck dir an, dass du scheiße gefarmt bist. Ich bin scheiße gefarmt, guck Jinx an. War halt ne harte lane hier. Jinx ist 5, 6 schlechter gefarmt. Wie bitte? Jinx ist 6 schlechter gefarmt. Ja guck. Aber sie ist schlechter gefarmt. Ja, gleich welkos. Ja, gleich welkos. Das war kein Stil. Das war kein Stil. Das war... Das war praktisch. Ich musste den töten. Ja, das hättest du vielleicht nicht bekommen. Ich bekomme ja alles. War noch alles... War noch alles ab? Das weiß ich manchmal nicht genau. Das weiß ich manchmal nicht genau. Ja, muss halt noch so ein... Muss halt noch ein Gefühl für... Bekommen, ne? Weil du nehmen musst man nicht. Wurzierst du dich die ganze Runde hackt schon wieder? Die ganze Runde schon. Die ganze Runde schon. Lauf Rangor. Ja, mach doch einfach immer Ulti an, ne? Einfach mal die ganze Lane abpingen. Alles Pink Wars vollständig. Wollt grad sagen. Wollt grad sagen, das reicht nicht mit Marni doch. Ja, das kommt auf Rangor warten. Ja, okay. Hey, der hat mir echt schon mal voll wenige Items. Der hat zwei Core-Items. Aber irgendwie manchmal... Im Early-Game bin ich auch zu faulen. Das ist eine Trinity. Auf der Bot-Lane zu farmen. Kennst du das? Kantero 2-4. Ja, dort kommt Rangor. Da reicht ungefähr 20 von sein Ulti wieder. Und 30. Oh, das bin ich ja schon. Kennst du das? Ja. So geht's mir grad. Ich muss ja mal reinjumpen, Alter. Uhuhuhu. 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 Fuck, Yon carried this fucking game. Rangorino. Hallo. Hat den Sloan? Ja. Doch, kann ich. Ich wollt schon sagen. Gutes Positioning, muss ich sagen von mir. Bei mir warst du eh nicht. Plus Bait. Rangor-Ulti-A. Bester Mann. Er hat's immer noch nicht geschafft seine Top-Lane durchzupushen. Ja. Ja, ist Back und Baron. War ja mal spannend gewesen mit Rangor, mit seinen Skills. Moment, jetzt Baron und er ist Back. Gute Frage. Ich mach hier kurz einen Ward, damit wir es besser analysieren können. Okay, Ward ist auf Cooldown. Na, das ist mir erst Back, oder? Keine Ahnung. Weiß ich wieder. Na, da kommt Velcors. Achtung. Scheint geholt zu sein. Was verteidigen. Ja. Wischen. Denn wir hier. Den Braink waschen. Kommt da was? Ja. Monke. Damage Stopp auf den Dengs. Ja. Goddamn. Hab gesmited. Das heißt, dann haben wir jetzt zwei gekillt. Ne, wir haben erst einen Kill gemacht. Dann noch den Jungler gekillt. Und dann Barrel gemacht. Und dann gehen wir jetzt zurück. Richtig? Richtig. Dann enden wir es jetzt. Das heißt, es ist ungefähr so schlimm ausgefallen, wie es nur hätte für die Gegner ausfallen können. Ja. Oh. Mit. Mit. Hoff er sich so geil zu machen. Ne, steh ich nicht so drauf. Hörte? Hoff er sich so geil zu machen. Ich oberextendet sie. Sie muss ein bisschen horny werden. Ne, eben nicht. Weil sie genau... Das war jetzt. Sie kann mit so... Sie kann mit so was umgehen. Sie kann mit so was umgehen. Das muss man halt auch mehr. Mit so was umgehen zu können. Ich mache noch Waves. Flappen. Ja, jetzt bitte. Please over, don't overextend. Ja. Wer hat da wieder gecatcht? War schon hier meine... meine traumvolle... Leona? Nein, das war der Pantheon. Der stinkende Spartaner. Oh wey. Wollen wir es da durchpushen oder nicht? Ja. Okay. Mit dem Ding Minion. Let's do it. Boah, sie wird so geone-shutted. Die auf Tower, ne? Ja, die auf Square. Ciao.